Grüezi miteinander mit einem neuen Commentary vor eurem Casebrood. Seht ihr hier Dota 2, ich sag mal Konkurrent zu LoL, wer meinen 500 Abos gesehen hat, wird das wissen, ich mag Dota lieber wie LoL, ich mag LoL ehrlich gesagt auch ziemlich gar nicht, ich hab's letztens wieder gezockt und da wurde mir wieder klar, nee, das ist nicht mein Spiel. Ähm, jedenfalls geht's darum, und zwar um Leute, die eine große Phrase haben, ähm, und zwar seht ihr hier folgendes, wir waren in einem Public Spiel, das heißt in einem ganz normalen Spiel, und da waren drei Typen, die uns zugeflamed haben, weil wir gewonnen haben gegen die, und da ist ja 5 gegen 5. Und dann haben die uns zu einem 3 gegen 3 herausgefordert, ne, also mich und meine Kumpels, wir waren eigentlich zu viert, aber wir haben dann halt trotzdem 3 gegen 3 gemacht, war ja unfair sonst. So, und dann machen wir dieses 3 gegen 3, und die haben natürlich geprahlt, dass sie übelst geil werden und alles, der Witz daran ist, die haben 5 mal mehr Spiele schon gewonnen wie ich, und ich glaub 2 mal mehr Spiele gewonnen wie der beste von uns. Und trotzdem waren die übelst schlecht, ähm, sie haben nämlich gepickt erstmal Outworlds, das ist der stärkste Mitheld, würd ich mal sagen, des Spiels, so ziemlich. Also da kann man in der Mitte wirklich gar nicht verlieren, wenn man es richtig macht, es ist nicht möglich irgendwie. Also da muss man wirklich, äh, sich ziemlich blöd anstellen, ne. Dann hab ich hier oben, ich bin Nix Assassin, ich spiel gegen Puck, der auch ein sehr starker 1 gegen 1 Charakter ist, und dann haben sie noch Weaver, das ist auch so, das sind jedenfalls alle 3 extreme 1 gegen 1 Charaktere. Den man im 1 gegen 1, der ich fast gar nicht gewinnen kann. So, was haben wir uns dabei gedacht, ähm, zu spielen? Und zwar haben wir uns einfach Ganker genommen. Ganker sind, äh, Helden, die sehr schnell über die Map rennen können und andere halt ganken, sprich angreifen, um dann Killzone zu schaffen. So, hier ist Soma 12, der hat Spiritbreaker, der kann über die ganze Map rüber einen anchargen, sprich einen anrennen und diesen dann stunnen. Also da haben wir schon mal einen sehr guten Ganker, der vor allem mit Koordination saugeil funktioniert. Ich bin Nix-Assassin, ich kann mich unsichtbar machen und auch Stun, ich bin sehr stark gegen Magier. Ähm, ich mach die mehr oder weniger One-Hit kaputt. Und dann haben wir noch in der Mitte hier, muss ich kurz, ja, jetzt sieht man es gerade, Death Prophet. Death Prophet ist theoretisch eigentlich nicht in unserem Sinn gewesen, allerdings war in dem Spiel, in dem wir die, äh, ja, halt besiegt haben, hatte mein Kumpel da halt schon, ähm, schon Death Prophet gehabt und dann haben die halt ihn herausgefordert, dass er hier nochmal Death Prophet nehmen soll und er hat halt Ja gesagt. Und das war eigentlich auch ganz geil, weil jetzt hatten wir folgendes, wir hatten einen Stun, wir hatten Mana Burn, wir hatten Silence und wir hatten extrem geile Gangs. Ähm, so, ich muss sagen, auf der oberen Lane Puck hier, der hat sehr gut gespielt am Anfang, dann wurde er irgendwie unvorsichtig. Das war aber auch der Einzige, der irgendwie bei denen nicht so ein richtiger Arschkopf war, kann man sagen. Also, der hat ehrlich verloren, kann man sagen. Der, der war nicht irgendwie beleidigt oder was. Die anderen mussten natürlich flamen. War ja auch logisch irgendwie. So, und in, in dem Commentary jetzt wollte ich eigentlich drüber reden, ihr kennt das bestimmt, ne? Leute, die eine riesige Fresse haben, aber nichts dahinter steckt. Und das hier ist einfach das perfekte Gameplay dafür, deshalb, das musste ich einfach irgendwie hochladen. So, und zwar gibt's das ja überall. Es gibt's in Shootern, hier in MOBAs, in MMOs, das gibt's in jedem Game und das gibt's auch im echten Leben und, äh, und wisst ihr was? Auch wenn das ist, ich bin normalerweise nicht so der Typ, der jetzt sagt, ähm, dass diese Standardsprichwörter stimmen, aber da muss man sagen, das stimmt, irgendwie. Also, große Fresse, nix dahinter, das ist wirklich so ein Sprichwort, das kann man eigentlich, bei 90% der Fälle stimmt das irgendwie. Also, wenn man wirklich sagt, ja, ich bin der Geiste, ich mach alles richtig, ich bin der und der und ich kann das und ich weiss, wie's geht und zack, dann ist man normalerweise schlecht. Und wenn man halt sagt, ähm, wenn man halt nix sagt, speziell, wenn man einfach so hinnimmt, wie's ist, dann ist man normalerweise auch derjenige, der's einigermassen drauf hat, irgendwie, kommt jedenfalls mir so vor. Also, wenn ich jetzt online zocke, dann sind immer diejenigen, die rumflamen, nämlich auch die, die schlecht spielen. Übrigens, hier kommt jetzt der erste Gang. Der wird jetzt angecharged, zack, und gestunnt. Hm, so, nochmal gestunnt. Und, ich weiss gar nicht, ob sie ihn kriegen. Ne, sieht nicht so aus. Leider nicht. Aber trotzdem war das jetzt mal so ein bisschen, um zu zeigen, wie das Ganze bei uns gelaufen ist und es funktioniert. Also jetzt am Anfang, das war jetzt ein bisschen verkackt, aber es funktioniert. Wir haben am Schluss ziemlich mit großem Vorsprung gewonnen. So, und er chargt jetzt gleich mal den unteren noch an. Einfach mal so, um Damage zu machen, ein bisschen, um dem ein bisschen Schiss zu machen. So, und ich bin in der Zeit in der oberen Lane. Ich war ziemlich gut am Farmen. Ich hab ziemlich schnell Gold gekriegt und konnte deshalb auch ziemlich geile Items schon holen. Und das hat dann das Gang natürlich extrem viel einfacher gemacht. Dazu muss man sagen, Nix Assassin, also der Kerl, der nicht da spiele, der ist ein Konter gegenüber von dem OD, der in der Mitte ist. Das ist einer der einzigen Konter, würde ich sagen, gegen den. Und das ist halt, na, ist halt logisch, dass wir da ein Konter picken müssen. Weil das wäre saudum, wenn wir kein Konter nehmen gegen einen Helden, der im 1-1 einfach nicht zu besiegen ist. Mit 90% der Helden, sag ich mal, oder sogar noch mehr. Naja. Irgendwas fand ich das lustiger. Am Anfang schreibt man ein Kumpel da in den Chat, ähm, wenn ihr jetzt verliert, dann seid ihr echt schlecht, weil sie eben diese Helden gepickt haben, die im 1-1 gewinnen. Und wir sind ja überall 1-1 auf der Lane. Und dann schreibt einer von denen zurück, ja, das stimmt, so in dem Sinn. So, aber am Schluss vom Gameplay müsst ihr dann gucken, wie sie, wie sie dann ausrasten hier, wie noob wir doch sind und was wir doch für einen Noob-Helden spielen. äh, war ganz witzig irgendwie. hier kommt jetzt glaube ich der First Blood. Zack, da war er. So, lol, schon mal in den Chat gekloppt. Egal, ähm, jedenfalls, äh, weatherkit. Ähm, jedenfalls geht hier das Geflame schon mal los. Aber was ich eigentlich, ähm, noch sagen wollte, Dota 2i ist jetzt Free-to-Play. Also, ähm, 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 man kann sich jetzt anmelden für Dota 2i und dann verschicken die einen, einen, einen Keta, Keta B, ja klar, Beta Key, einfach mit, ähm, mit ein bisschen Verzögerung. Also, die machen so, damit die Server nicht überlastet sind, suchen sich die immer irgendwie 20.000 Leute aus oder so, geben den Key. Dann gucken sie, dass die Server darauf stabil laufen, dann geben sie den nächsten, ähm, 20.000, so in dem Sinn. Damit hat das Spiel nicht plötzlich überlastet ist wie nix. Ähm, und das heisst für euch, wenn ihr euch anmelden würdet, kann es sein, dass es ein bisschen dauert, aber ihr könnt theoretisch gratis spielen und was ich eben in der Skyland Dota finde, vergleichsweise zum Beispiel zu LOL, es ist alles gratis, außer, ähm, Aussehen. Also, man hat von Anfang an alle Helden, kann man sagen. Es ist nicht so, als ob man sich einen Held jetzt freikaufen muss, wie das in LOL ist oder wie es auch in vielen anderen Spielen ist. es ist einfach so, man geht ins Spiel, hat die Heldenauswahl, man wählt sich ein Held und spielt und fertig. Klar ist das Spiel eigentlich relativ schwierig zu lernen, allerdings haben sie jetzt ein paar Tutorials eingefügt, wo man ein bisschen ins Spiel reinkommt. Ähm, was ich empfehlen kann, für diejenigen, die das vielleicht mal ein bisschen lernen wollen, sucht euch, ähm, im Internet ein paar Dota-Channels raus, zum Beispiel, Perch-Game, das ist so ein ganz, ist ein ziemlich guter Spieler. Hm, hier übrigens jetzt der nächste Gang. So, ich mach mich unsichtbar und renne in die Richtung von dem und der hat's gecheckt und rennt zurück, aber wir gehen trotzdem weiter drauf. Zack, er stunt ihn, ich stunt ihn, dead. Hm, das war halt unsere Strategie hier. Einfach schnelle Charaktere nehmen, die gut ganken können und zu Todes dann eigentlich. Und das war halt jetzt hier auch wirklich unser Vorteil, weil keiner der Gegner wirklich ein Leben hat. Das waren alles Squishies. Im Gegensatz zu uns hatten wir einen mehr oder weniger Tanki-Charakter und ich kann mit einer meiner Fähigkeiten gegen den Gegner relativ gut, mich relativ gut wehren eigentlich. So, und jetzt geht's halt los mit dem Rumgerenner auf der Map und dem Gekiller auf der Map. So, hier war ich ein bisschen bedrängt. Hm, die wollten mich jetzt hier auch zu zweit killen, aber ich lass mich hier doch nicht verarschen, also einfach hier erstmal Schutz angemacht. So, als bin ich hier gesilenced und dann, zack, mach ich mich unsichtbar, hab ich den Cooldown gekriegt. So, jetzt gleich in die Offensive starten hier, angesprintet, zack, Outer Attack und da kann er, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob er abhauen kann. Wahrscheinlich schon, aber ist egal, wir haben dem jetzt so viel Energie abgezogen, dass er wahrscheinlich zurück muss. Und das ist halt ein enormer EP-Verlust, der er da hat, weil ich kann jetzt weiterhin farmen hier auf der Lane, er kann das nicht, er muss zurück. Ähm, also so haben wir das Spiel relativ schnell in den Griff gekriegt, eigentlich. Ähm, wie gesagt, um das Spiel zu lernen, Perch Gamers ist etwas, was ich empfehlen kann, das ist ein englischer Kommentator, aber der spielt halt Dota nicht irgendwie Call of Duty oder so. Und er ist echt gut, der kann mit, ja, ich sag mal, 70% der Helden wirklich gut umgehen und wenn nicht sogar noch mehr. Und der ist wirklich extrem gut zum Lernen, der erklärt auch, was er sich immer denkt bei den Taktiken und allem. Also bei dem kann man wirklich gut das Spiel ein bisschen so, sich ein bisschen was abgucken, sag ich mal. Ähm, da gibt's zum Beispiel Dota Cinema, das ist so ein Channel, wo, auch zum Beispiel Sachen draufgeladen werden wie Fails, die einem, die, die sie dem Channel zuschicken, wie jemand extrem gefällt hat oder zum Beispiel extrem coole Kills oder so. Kann man sich da auch angucken, ist also auch ein bisschen zur Unterhaltung. Allerdings, ähm, kann man da auch Guides angucken von einzelnen Helden und auch vom Spiel allgemein. also es gibt mittlerweile wirklich genug Möglichkeiten Dota zu lernen. Es ist schwieriger wie LOL, es ist auch nicht so einsteigerfreundlich, aber es ist an sich taktischer und es hat mehr Möglichkeiten und auch wenn ihr jetzt irgendwelche LOL-Spieler seid, es ist einfach so, es, das soll kein LOL-Hate sein, ich hab LOL wirklich auch eine lange Zeit mehr gespielt wie Dota und einfach eine lange Zeit sehr gern gespielt und ich weiss, wie es ungefähr abläuft. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, LOL ist schlechter wie Dota, es ist einfach nicht so umfangreich im Gekämpfe drin selber, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist nicht so, zum Beispiel in LOL, da gibt es nicht großartig Taktiken, was den Jungle angeht, zum Beispiel hier gibt es Taktiken wie, ähm, ich nenne jetzt mal ein paar Begriffe, Stacken, Pullen, ähm, Ancient Stacken ist zwar mehr oder weniger, das ähnliche, egal, jedenfalls solche Begriffe, die kennen LOL-Spieler nicht, weil es da schlichtweg das nicht gibt. Das ist Jungle Creeps wegziehen von ihrem Camp und dann spawnen da neue Jungle Creeps. Dann sind da quasi zweimal die Jungle Creeps dabei. So, und diese Jungle Creeps dann, zieht man dann beispielsweise auf die Lane, damit dann Creeps von einem selber in den Jungle gezogen werden und dann wird für den Gegner gepusht und also die Taktiken hier sind einiges komplexer und einiges viel facher oder wie man das nennen will, als in LOL. und das muss nichts Schlechtes sein. Der Vorteil an LOL ist halt, es ist irgendwie so ein bisschen lockerer, es ist ein bisschen einfacher zu spielen. Das heißt nicht, dass ich jetzt damit sagen will, dass LOL für Noobs ist, ne? also, mir persönlich gefällt Dota einfach besser, weil es mehr Taktiken gibt, so. Hm. Und wie gesagt, das ist einfach so, das kann man nicht wirklich leugnen. Das ist wie wenn man jetzt sagt, ähm, ich spiele Battlefield 3 lieber, weil das hat grössere Maps wie Call of Duty. Das kann man auch nicht leugnen, das ist einfach so. Das heisst nicht, dass Call of Duty schlechter ist. Das ist einfach Geschmackssache, ne? Hm. Das ist etwas, das auch ein Call of Duty Spieler nicht sagen kann, dass quasi die COD Maps grösser werden. Also, das sind einfach so ein bisschen Tatsachen. Ähm, was ich aus Erfahrung gemacht habe, viele LOL-Spieler, die Dota ausprobiert hatten. Da war es dann immer folgendes, ähm, die haben dann gesagt, bei den Helden, die ich persönlich ziemlich, ziemlich schwach fand, haben sie gemeint, es wäre ein OP-Held quasi. Und, das fand ich immer ganz witzig eigentlich. Was habe ich denn da? Ich habe gemacht. Na, egal. Ähm, also zum Beispiel gibt es einen Held, der hat extrem wenig Energie, der heißt Sniper, der hat wirklich gar keine Energie, der ist so schnell down, also wenn hier so einer von uns den, äh, Stunt, den gankt, dann ist er eigentlich kaputt. Und der hat aber als Passivfähigkeit, dass er extrem weit schießen kann. Also er hat eine extrem hohe Reichweite, deshalb heisst er halt auch Sniper. Und letztens habe ich ihm mit einem gezockt, der sonst LOL spielt und der hat halt gedacht, der wäre OP, der Sniper. Aber an sich ist das eigentlich einer der schlechtesten Helden, weil außer Autor-Tags kann er gar nicht viel machen. Und wie gesagt, er ist extrem squishy, also wenn der gegankt wird, ist er dead. Ähm, jedenfalls, ja, was kann ich noch dazu sagen? Es ist immer relativ schwierig, so 20 Minuten Gameplays durchzukommentieren, irgendwas, wenn man von dem Spiel aber das relativ kompliziert ist und da muss man dann immer eine Menge erklären, irgendwie damit es diejenigen auch verstehen, die das Spiel nicht so kennen. Ähm, ist ja egal. Ähm, dann kam mir noch was in den Sinn. Äh, blablabla, blablabla, ich weiß nicht, ob ihr Fußball begeistert seid, ich bin's nicht. Also wenn da irgendwie WM läuft, dann gucke ich da mal, wo die Schweiz so steht, aber ansonsten, ne, also ich bin nicht so der Fußball-Fan, ich finde das auch nicht so interessant, das zuzuschauen. Allerdings, ähm, in letzter Zeit gucke ich immer mehr eSports, also früher, als ich noch CS gezockt habe, hab hier mal Counter-Strike geguckt, Counter-Strike-Turnier. Jetzt mittlerweile, ähm, war ja letztens die Dota-Weltmeisterschaft, habe ich das so ein bisschen mitverfolgt und ich muss sagen, das ist für mich irgendwie das Fussball. Also, das ist echt geil. Vom, wenn da irgendwas Geiles passiert, dann, dann checkt man auch, was passiert ist in dem Fussball, kapiere ich das gar nicht irgendwie. Ähm, mich würde mal interessieren, ob jemand von euch auch eSports-mäßig Sachen guckt und wenn ja, was? Letztens hatte ich eine Diskussion mit jemandem in den Kommentaren, bei mir, bei einem anderen Video von Black Ops 2, ähm, dass das ja eSports-mäßig unterstützt, aber ganz ehrlich, Black Ops 2 ist kein eSports-Spiel. Also, in meinen Augen nicht, das ist viel zu random. Und es gibt ja da diesen Ranglisten-Modus, aber da ist nix gebannt, keine, da, ja, wie kann ich das erklären? In, in der ESL, zum Beispiel bei MB3 habe ich in der Zeit lang ESL gespielt, da war folgendes, man hatte keine Perks und, ja, ich würde sagen, mindestens so 70, 80 Prozent von allen Sachen waren gebannt. Also, man konnte da, habe ich nur einzelne Sachen nehmen. Ähm, und in Black Ops 2, in diesem ranglichsten Spiel, das ist halt, wie wenn man, wie wenn man Public spielt, ähm, einfach halt, dass man dann in eine Rangliste geworfen wird. Also, der Kerl da, der hat halt gemeint, dass er jetzt Hoffnungen hat, dass Call of Duty Ghosts mehr in eSports-Richtung geht. Und da habe ich halt gesagt, nee, da kannst du leider vergessen. Was heißt leider? Also, ich nehme mal an, das kann man vergessen, weil, es tut mir leid für die Call of Duty-Spieler, aber COD ist irgendwie einfach kein eSports-Spiel. Das ist zu wenig, das ist einfach irgendwie nicht so. Suchen und Zerstören, das kann man eSports-mäßig spielen, aber dann ohne Killstreaks und wie gesagt, ohne Perks. Mindestens. Und ich würde auch sagen, ohne gewisse Waffen. Aber einfach das Standardspiel, das ist doch irgendwie, das, keine Ahnung, das funktioniert einfach nicht, in meinen Augen. Also, das ist wie Battlefield 3 oder so, das funktioniert in meinen Augen auch nicht richtig als eSports-Spiel. Klar, es gibt auch, es hat ja auch Turnier gegeben und alles, aber, das hat einfach auch so viel mit mit Random-Faktoren zu tun, dieses Spiel, das in meinen Augen nicht so viel bringt, das jetzt so in diesem Sinne zu spielen. also, wenn wir uns jetzt vergleichen zum Beispiel mit Counter-Strike, da ist wirklich alles vom Spiel abhängig, was passiert. Oder wie gesagt, diese Mobas wie Dota oder LOL oder so, da sind auch 90% der Sachen, spielabhängig, würde ich behaupten. Na, solche Spiele eignen sich auch dafür. Aber andere, hm, bin ich mir unschlüssig. Ist ja auch egal, die Runde hier ist vorbei so ziemlich. Ich würde mal sagen, das war's dann, Leute, mit diesem Commentary. Joa, dann schreibt mir eure Meinung oder irgendwelche Geschichten in die Kommentare von Leuten, die eine große Phrase haben, aber dann nichts dahinter steckt. Bestimmt hat jeder von euch schon Erfahrung damit gemacht. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.